Sura 98 Al-Bayn Der deutliche Beweis Offenbart zu Al-Madina, 8 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen Diejenigen, die ungläubig sind unter dem Volk der Schrift und die Götzendiener, können von ihrem Irrtum nicht befreit werden, bis der deutliche Beweis zu ihnen kommt. Ein Gesandter von Allah, der ihnen rein erhaltende Koranabschnitte verließ, in denen geradlinige Vorschriften enthalten sind. Und die, denen die Schrift gegeben wurde, waren nicht eher gespalten, als bis der deutliche Beweis zu ihnen gekommen war. Und doch war ihnen nichts anderes befohlen worden, als Allah treu in lauterem Glauben zu dienen und das Gebet zu verrichten und die Sarkähe zu entrichten. Und das ist die Religion der Gradlinigkeit. Wahrlich, jene, die ungläubig sind, unter dem Volk der Schrift und die Götzendiener, werden im Feuer der Gehennem sein. Ewig werden sie darin bleiben. Diese sind die schlechtesten der Geschöpfe. Wahrlich, diejenigen aber, die Glauben und gute Werke tun, sind die besten der Geschöpfe. Ihr Lohn bei ihrem Herrn sind die Gärten von Eden, durch eilt von Bächen. Ewig und immer da werden sie darin verweilen. Allah ist mit ihnen wohlzufrieden, und sie sind wohlzufrieden mit ihm. Dies ist für den, der seinen Herrn fürchtet. dass du den, der seinen Herrn fürchtet bist und die Götzendiener ganz beinhaltet ist, Äh, das ist für den, der seine Götzendiener ganz wichtig. Vielen Dank.